hallo und herzlich willkommen hier ist wieder der joe von hipsterpart 78 und heute nehmen mir zwei augencremes in euch vorstellen möchte ist von rüssel die augencreme das ist dieses produkt hier nun kommen wir zum eigentlichen problem ihr wisst wenn ihr morgens aufsteht nehmt ihr eine gesichtscreme wo ich ein video euch mal vorgestellt habe und dann ist aber der augenbereich sollte auch richtig frisch sein und gerade im winter zum beispiel habe ich sehr trockene haut und da hilft schon eine reichhaltige augencreme auch ganz gut für das gesamtbild vom auge damit alles frische wahl im dm müller oder rossmann oder sonstigen gesehen und broken sop so zero bullshit ist denn ihr slogan